Hallo, liebe Schäffreunde, ich melde mich mal mit einem Infovideo, beziehungsweise hier schon auf dem Montag. Und zwar wollte ich nur sagen, dass jetzt die nächsten Tage, also Mittwoch und ich denke mal, vielleicht auch Samstag, erstmal keine Videos kommen werden. Also, weil ich, ja, ich bin krank geworden, muss ja auch irgendwann mal sein, ich war ja Ewigkeiten nicht krank, jetzt bin ich wieder krank geworden. Ja, ich war heute beim Arzt, bin die Woche krankgeschrieben, hab totale Halsschmerzen, also es fängt so an, ich merk's total, Kopfschmerzen, mir ist total warm. Und ich denke mal, ich hab irgendwie einen Schnuppen auch, also fängt auch so langsam an und, ja, deswegen werde ich jetzt die nächsten Tage nicht rauchen. Die Pfeife, die ich gerade rauche, ist meine letzte Pfeife. Bis zum Wochenende, denke ich mal, ich denke mal, am Wochenende geht's mir wieder gut. Ja, Videos die nächsten Tage, wie gesagt, Mittwoch erstmal nichts, Samstag auch erstmal nichts. Also die Pfeife, die ich vorstellen wollte, die orientalische Amy-Pfeife fällt erstmal aus. Und dann nächste Woche, Mittwoch, wenn's mir am Samstag schon wieder gut geht, werde ich am Samstag mit einem Kumpel das Video abdrehen, wo wir diese Shisha-Dosen vorstellen, also diese Geschmäcker von Amy Deluxe. Da haben wir ja drei Sorten, Mango, Mayakura, Limette, Minze und Doppelapfel. Hab ich ihn schon gefragt und ihr seid so, ja, er hat total Bock, er hat auch total Bock, einen Tabak mit mir vorzustellen. Also, kommt. Ansonsten, was gibt's noch Wichtiges zu sagen, wenn ich hier schon mal so ein Video mache? Und zwar, das Gewinnspiel für alle Facebook-Leute jetzt, die auf Facebook geliked haben, startet nächste Woche. Ich hab's ja eigentlich gesagt, bei 500 Likes, wir sind jetzt bei 409, ne, 409 Likes. Ich start's jetzt schon früher, aber startet dann nächste Woche und dann geht's, weiß ich, zwei Wochen oder so. Mache ich ein extra Video auf Facebook, das muss man dann teilen, liken, kommentieren wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht genau, wie ich's mache, aber das erklär ich dann alles. Also habt ihr da nochmal die Chance, in die Beschreibung Facebook zu lagen, das ist das letzte Mal, dass ich's sage. Jetzt weiß ich, ich mach vielleicht nochmal ein Video, aber so, das wird's das letzte Mal so sein, dass ich's groß sage. Ansonsten hab ich mal mich mit Spreadshirt hingesetzt. Also ich hab mich hingesetzt, hab ein paar Designs gemacht, ihr könnt euch das ja mal anschauen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das? Sagt ihr jetzt, okay, ich fände cool, wenn so ein Pullover kommen würde oder so ein T-Shirt? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ich setz mich mal so ein bisschen hin. Derzeit macht mir ein Typ einen Banner, also der hat mich angeschrieben bei Instagram. Also wird jetzt die Tage auch ein neuer Banner kommen und da will ich auch noch gleich was zweites aufgreifen. Und zwar hat mir jemand, wollte mir jemand ein Intro machen. Jetzt ist an euch. Wenn ihr mir ein Intro machen wollt und ihr habt auch eine Idee, dann könnt ihr mir gerne, weiß ich, also es ist kein Muss, ne? Es ist wirklich auf freiwillige Basis, ohne Bezahlung, es ist wirklich nur auf freiwillige Basis. Wer Lust hat, wer sagt, okay, ich kann sowas, der ist da gerne zu aufgefordert, ne? Der kann mir gerne auf Instagram, der kann das abfilmen, kann mir das zeigen und so, oh, ist gut. Das könnte man noch besser machen und das gefällt mir nicht so ganz. Das ist Copyright Feuer Musik. Geschick, Schi-Shi-Döle, so als Intro, weil einige Leute sagen, ja, mach mal ein neues Intro. Und ich denke mir auch langsam, ich kann es nicht mehr hören, weil ich muss ja immer Videos schneiden. Und wenn ich ein Video schneide, dann sehe es da schon 3-4 Mal, dann gucke ich mir das Video einmal komplett an. Dann gucke ich es mir auf YouTube nochmal an, um zu sehen, okay, passt jetzt alles. Und ich kann das Intro irgendwie langsam nicht mehr sehen. Deswegen wäre es eure Möglichkeit, mir ein Intro zu machen. ihr könnt euch unten auch in die Ecke schreiben bei bla 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 das ist mir relativ egal, also da kann ich euch so eine kleine Basis geben, genauso wie vom wenn mir jetzt jemand einen Banner macht, mache ich gerne seinen Link mit auf meine YouTube-Seite das ist kein Problem wie gesagt wenn ihr sowas könnt so ein Intro, so ähnlich wie das auch mit so copyrightfreien Musik Shisha Dolich, denn seid ihr gerne dazu aufgefordert weiß ich, so 5 bis 10 Sekunden irgendwas dazwischen, lasst euch was einfallen wie gesagt ich bin krank, Videos kommen nicht die nächsten Tage Spreadshirt-Link könnt ihr ja mal abchecken und ja, das war's von mir ich werde jetzt nichts machen außer vielleicht im Bett liegen, FIFA zocken in Battlefield 1, wenn ihr mich da enden wollt Dordid is King bei PSN Freunde, bis dahin, macht's gut, euer Shisha Dolich ich wünsche guten Rauch, ich nehme eine der letzten Züge für diese Woche, Freunde bis dahin, sehr traurig eigentlich eigentlich wollte ich immer eine Konstante halten immer Videos zu machen, aber ich war letzte Woche so vor ich hab kein Video vorproduziert hätte ich's mal gemacht, Freunde hätte ich's mal gemacht, aber gut, so ist es wir sehen uns Leute, bis dahin, macht's gut euer Shisha Dolich, ich wünsche guten Rauch ich wünsche dir, bis dahin, 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 ich wünsche dir, Vielen Dank.